I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Gut, Heiko, alles klar. Wir sind heute hier im wasserdichten Einsatz in Frankfurt. Es hat angefangen, es zu stark zu regeln. Wir haben ja alles dabei, die Gummistiefel und die Schleuchel. Und Schwimmermitscher, Frau. Die Schwimmermitscher. Und jetzt holen wir uns ein paar Red Bulli, die sind im Angebot hier. Technoparty, Technoparty, Technoparty. Sind Sie der Bruder von Herrn Hick? Sie sehen aus wie der... Haben Sie einen Bruder? Ja, aber... Heißt der Herr Hick? Nein. Okay. Aber ich kenne jemand, der sieht genauso aus wie Sie. Guck mal, das sind die Ostereiertomaten, Heiko. Guck mal, die sehen aus wie Ostereier, Guck. Ja. Guck mal, wir checken mal, die Red Bulls haben. Für die Damen der Zunft. Lieferservice, Lieferservice, Plauzzi Lieferservice. Mit Badeschlappen, Heiko. Hast du die Socken ausgezogen, weil es sonst nass wird, ne? Ja. Ja, besser. Und wie sieht heute die Tagesplanung aus, das Zimmer? Ja, es werden auch ein bisschen rumfliegen mit dir und dann gucken wir mal, was nachkommt. Morgen ist der Andi wieder am Start vom Spiel, der ist heute in Nürnberg. Kommt der noch nicht? Seit nachdem. Aber morgen ist er fit, auf den morgen geht, klar. Morgen können wir uns mit dem Tuch. Mit dem Andi. Red Bull im Angebot. Machen wir die Schiegel? Wir holen uns die Red Bull im Angebot und verchecken die mit Gewinn, mit Plus. Wie viel kosten die? 9,000 Cent. Yeah. 99 Cent. I got 99 Props, but a bitch ain't one. Hit me. Was hast du damals gesagt, als du bei mir zu Hause warst, als wir gechillt haben bei dir? Du bist von der Kategorie, ne? Du bist von der... Irgendwas hast du gesagt, einen coolen Spruch hast du gewonnen. Du bist von der... Kategorie... Nee, so ein... Nee, nee, nee. Du bist... Ich hab mich auf allen mitgegangen. Irgendwas, keinen Spruch hast du gewonnen, ne? So, wir holen nur die Standardausgabe, die... Die... Die normalen. Hä? Aber haben die auch die normalen? Warum haben die nur die? Die haben nur die... Aber das sind die, die kosten... Die großen Kosten... 1,89. Die großen Kosten mehr, ja, die können wir nicht verchecken, aber... Ey, haben die nicht... Warum haben die nicht die normalen? Die sind alle schon leer. Diese, die waren... Ich muss mal nachfangen, ob die noch mit... Ich muss nachfangen, ob die noch im Lagerwitsch haben. Die 70.000 TV-Proze heute wird's nass und voll, du musst dich. Das war...